Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Ich habe doch irgendwann in einer der letzten Folgen das Problem, dass meine Frau und mein Sohn nicht mehr bei mir im Haus gewohnt haben, sondern dass ich morgens mit zwei wildfremden Menschen wach wurde und ich habe den Fehler gefunden. Wir haben hier im Dorf, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesagt habt, weil ich nehme mich jeden Tag auf. Das sind immer so ein paar Tage oftmals dazwischen. Wir haben nämlich das Problem, wir haben zwei Rasimirs. Also ich und der hier. Ich vermute, dass da beim Umbau der Häuser wohl irgendetwas schiefgelaufen ist. Was ist das jetzt für ein grünes Symbol noch näher dran? Ich muss mal gucken. Alles klar, ich habe mal ein Fanglas geholt sozusagen, also die Brille. Das sind Pfeile noch oben. Für mich sah es aus wie die Smiley-Sicht. Ja, auf jeden Fall stimmt jetzt wieder alles. Meine Ehefrau und mein Sohn, die leben wieder bei mir. Aufmerksam geworden bin ich eigentlich mal die Stimmung von der Alberta. Ich glaube, irgendwo bei 20% bloß noch war. Was ist denn da jetzt los? Ach, die Stimmung vom Junior ist quasi in den Keller gegangen. Und ja, ich habe schon überlegt, den Rasimir, also im Dorf zu verbanne, dass da nicht wieder irgendwas passiert, da ist sowieso einiges schiefgelaufen. Ich hatte ja auch anfangs die Grubenarbeiterin dahinter, wo du weit laufen musst, hatte ich ja eigentlich hier extra das Haus so ein bisschen abseits gebaut, dass der ihren Laufweg nicht ganz so weit ist. Die ist auch nie wieder drin. Ich weiß auch nicht, was da schief lief. Die habe ich hier eingewiesen und die wohnt jetzt irgendwo hinten Richtung Scheune. Aber gut, Ton kommt, von daher ist mir das egal. Apropos egal, mal wieder was trinken gehen. Und das nächste, was ich in Angriff nehmen will, ist dann der Schweinestall. Den können wir ja schon bauen. Aber ich weiß nicht, was kostet ein Schwein? Ich habe irgendwas im Kopf von wegen 4.000. Und wir haben nur noch, naja, nur noch ist gut, 8.000. Sehe ich das richtig? Ne, 6.000 sogar bloß noch. Ich muss also jetzt wieder ein paar Folgen aussetzen und einzig und alleine mich ums Geld kümmern. Weil ich auch das hier langsam dann mal auf der anderen Seite, ich kann es doch eigentlich schon bauen. Ich muss ja nicht die Schweine reinsetzen. Ach so, eine Geschweine, die habe ich schon hier. Ach nee, ja, die Schafe waren es, die Schafe. Da sollen ja die Schafe hin, daneben dran. Und das kann ich noch nicht bauen. Oder kann ich es mittlerweile, ich weiß es nicht. Nein. Da brauchen wir noch rund 800 Punkte. Was muss ich da machen, um die zu kriegen? Das ist mal so rein interesseweise. Flügel, säen, ernten, Gemüse sammeln, Tiere melken und Schafe scheren. Nichts davon kann ich im Moment nicht tun. Beziehungsweise hier unten Tiere und Schafe. Gemüse sammeln, ernten, das wird ja fleißig gemacht. So, wie sieht denn jetzt mal ein Feld da hinten aus? Also ich finde das eigentlich super hier mit den Zäulen. Das Feld hier so. Gut, es ist auch fertig. Kriege ich da noch einen Zaun hin? Ja, ne? Ja, oder? Ja, da passt noch ein Zaun vorbei. Ich bin echt am überlegen, mir gefällt der Zaun so was von gut. Ob ich denn jemals wieder ersetze? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Rote Beete. Da ist Kohl eingesamt. Und da kommt halt erst wieder die Zwiebeln müssen. Ah ne, die Zwiebeln, die kommen früher. Die werden im Sommer geerntet. Ja, also das mit den Feldern, toi toi toi, das klappt wirklich Ast rein. Ich muss mich absolut nix kümmern. Das mit einem Messer, okay, gut, das schleppt ein bisschen. Packt am Tag vielleicht, wenn es hochkommt, vier Messer. Ist nicht so die Welt. Brennholz werde ich jetzt demnächst auch auf Pause stellen. Ich habe schon Runa gedrosselt. Steine kommen mir schon fast zu viele. Ich glaube, die kann ich auch mit der Produktion stoppen, von Steine. Wir haben ja fast alle Hütten schon abgecratet auf der anderen Seite. Wir haben so viele Ressourcen. Wir haben so viele Ressourcen. Ich will jetzt mal so ein großes Haus bauen. Echt. Ich will das jetzt mal sehen. Ich reiße es wieder ab, weil momentan... ...würde das hier hinpassen, wahrscheinlich nicht, ne? Ähm. Oh ne. Weder so noch... Ja, so könnte es reinquetschen, aber ich will sie ja sehen. Deswegen verschwende ich jetzt wirklich mal die Ressourcen hier. Nur um die Hütte mal zu sehen. So. Oder ich glaube, sie soll auch stehen. Mal gucken. Aber ich glaube eher nicht. So, was brauchen wir denn hier? 13 Stöcke und ein Rundholz. Und fürs Dach... ...Stroh. Also ich mache jetzt auch hier kein, äh... ...Lehnberuf oder irgendwas, ne? Ich will, wie gesagt, einfach nur mal sehen, wie viele Betten da drin sind. So, Stöcke 109. Und Rundhölzer, nehme ich mal... ...10... ...10, 12... ...10... ...12... ...10... ...12... ...weil wir brauchen eh gleich wieder neue Hammer. Ah ne, da ist noch fast frisch. Weil das sind jetzt alles Kämaterialien, die mal wirklich wehtun. Anders wäre es jetzt mit Eisen oder mit Bretter oder so. Wobei Bretter, die kann ich auch der Not noch selber schneiden, wenn ich sie dringend brauche. Ah. 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 Ach komm, wir essen mal was. Ne, ich war schon richtig, aber... Äh... Essen... ...gebratener Fisch. Ich hab mich immer gewundert, für was ich dieses Heilkraut brauche. Also nicht das, was meine Gesundheit auffüllt, sondern das Gelre da, das... heißt, ähm... ...ja, das Gelre war halt. Ich hab dicke Suppe im Inventar. Und hatte quasi Hunger. Ich hab die dicke Suppe gegessen und hab nicht drauf geachtet, dass das verdorben war. Und hab mal da so drei, vier Stück hinter die Binde gegossen. Und... Oh, oh. Oh, oh. Zum Glück war nicht Winter. Und ich musste ewig lange heimlaufen. Ähm... Ähm... Rundholz. Ich nehm an, wir brauchen fürs Dach drei. Da nehm ich jetzt grad noch mal zehn mit. Sooo... Ach, komm, elf. Weil jetzt ist der Hammer mit Sicherheit gleich kaputt. Sooo. Dachgiebel hab ich wieder vergessen. So, wir brauchen jetzt, wo Dach-Element, ein Rundholz. Zwei. Drei. Ach, das sind nur zwei Dach-Elemente. So, und das ist Droh. So, und das ist Droh. Ach, nehmen wir das aus der Kiste. Oh. Irgendjemand hat Stroh aus der Kiste geholt. Das könnte mal näher gewesen sein. Ich sag's noch, ne? Mir geht leider Hammer kaputt. Was? So. So, jetzt hab ich zwei. und die fressen hier kaputt. Das bin ich mal gespannt innen drin. Okay, brauchen wir aber drei Millionen. Ah, der Lehmbewurf ist da. Können wir auch gleich mal gucken. Können wir auch gleich mal gucken. Lehmbewurf, wie viel wir da brauchen. Was fehlt denn da jetzt noch? Ach so, genau, ja. Ja, jetzt noch gar nicht fertig mit dem Dach. So, Haus, abgeschlossen. Ah, okay, also, wenn ich das jetzt so anschaue, wir haben ein Doppelbett, wir haben zwei Kinderbetten und wir haben eine Truhe, die nicht größer ist, wie die anderen Truhen. Ja, Freunde, ganz im Ernst, aber das lohnt absolut überhaupt nicht. Ich hatte vielleicht gedacht, dass man hier dann zwei Familien einweisen kann. Aber nee, also, Freunde, das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Ich wollte es halt mal sehen. Ich wollte es halt mal sehen. Ihr habt es auch mal gesehen jetzt. Gut, wie viel Lehmbewurf brauche ich denn für ein Haus? Oder für eine Front? Äh, Kalkstein. Lehmbewurf kommt hierhin. Gut, da brauche ich jetzt sechs. Ich glaube, ich habe die Kalksteinproduktion gedrosselt. Muss ich erhöhen. Lehmbewurf. Komm, wir nehmen alle mit. Vielleicht reicht es hier für ein Haus. Ja, dann bleibt die Hütte jetzt einfach lehmbeworfen. Oder kann ich da nochmal? Nee, ne? Das war's schon. Ja, da muss ich jetzt mal die Kalksteinproduktion erhöhen. Lalalalalalamm. Pam, 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 äh, ja, Management, Mine. Mine. F, zack. Da können wir die Steinproduktion runterfahren auf Null. Salz mal ein bisschen höher. Eisen brauche ich eigentlich auch nicht so viel. Aber komm, gehen wir mal auf 50%. Stein brauche ich gerade nicht. Ich muss, ich muss, nee, wir müssen da hinten, das ist, das ist das Ding hier, äh, die Grabungsschuppen da, Grabungsschuppen da, Grabungsschuppen, F, zack, ähm, Ton. Hier gehen wir mal mit Salz auf Null und gehen wir hier mit Kalkstein hoch. Ton gehen wir mal auf, auf 40, nee, komm, wir gehen mal hier auf, komm, wir gehen hier komplett runter. Notfalls hole ich den Ton selber mit der Chip. Komm, hier auf 100%. So, weil ich habe auch hier vorne noch Ton. Weil ich denn wusste, wann ich den Brauch habe ich denn da hingeworfen. Was kann ich rauswerfen? Äh, Inventar. Stroh kann ich rauswerfen. Ach. Was habe ich jetzt rausgeworfen? Stroh. So, die Stöcke. Was habe ich noch rausgeworfen? Ach, die Kalksteine. Kann ich? Nee, scheiße. Das liegt dort ohne Stroh. Was ist denn der ist, ach, Pelz, das macht ihn der Pelz. Ach, ich habe dann Pelz Ewa aus Verseer rausgeworfen. So, nochmal von vorne, ähm, Stroh. Komplett. Das macht natürlich den Bock mit Fett. Die Kalksteine wiegen 36 Kilo. Da mache ich jetzt mal alle raus. Dass ich mit dem Ton hier in die Öhr, im Schleckentempo in die Kiste kriege. Was die ihren Tonbewusstsein machen können. Beziehungsweise ihren Lehmbewusstsein. So, wie viel Ton haben wir denn noch drin? Ja, immer noch genug. Da können wir noch jede Menge Lehm herstellen. alles so geht zwar jetzt langsam aber ich muss es hier nur bis zum nächsten haus sehen wir wenigstens noch während es hell ist wie es aussieht ja das sieht gut aus wobei ich überlege ob ich wirklich alle das was halt ein buntes stadtbild haben da brauche ich leben beruf und schon mit das nie so gut aussehen ich glaube dann mache ich das doch weg und jetzt muss ich eh warten auf kalt stein ja das sieht eigentlich gar nicht mal so übel aus ich glaube wenn die alles so abgegratet sind wo das kommt jetzt weg das gefällt mir nämlich überhaupt nicht muss ich gestehen sie sind von ihnen aus macht mal fleißig nachwuchs ihr beiden da wie sieht das von ihnen aus für euch gibt's gleiche hier fleißig kinder zeugen ihr habt jetzt bald eine neue hütte dann will ich aber auch ergebnisse sehen kann ich da ihnen auch irgendwas upgraden so freunde ich würde sagen wir beenden die folge hier hat mich gefreut dass ihr zugeschaut habt beim nächsten mal nehme ich hier mein biergarten in angriff und ja schauen wir mal ne also bis dahin macht's gut da werde ich dann hier den zaun vorziehen hier so und hier der zaun abschließen hier so runter und hier so abschließen dann hier vorne mal gucken wir wie schön das aussieht mit den lichtern wir haben blöde hammer gestecken aber wie schön das aussieht da kommen noch ein paar lämpchen dazu da wird noch eins hinkommen wahrscheinlich das hier schön ausgeleuchtet ist da kann man da noch eins hinstellen da wollte ich sowieso ah ne da hab ich schon ja da kann man hier auch noch eine lampe hinstellen boah wie schön das aussieht schönes screenshot machen ich bin sowas von froh dass ich habe die bäume hier stehen lasse ja also bis dahin macht's gut bei bei bye